Hallo und herzlich willkommen, heute mal eine Runde Aura PvP. Ihr kennt ja alle Minecraft Aura und zwar zusammen mit dem Dark Master WZ und ja. Und ich würde mal sagen, es fängt jetzt an. Nämlich einfach Dark Master. Jupp, Dark Master. Oder Nico. Ich habe gerade einen Enderman. Ja, ich habe auch gerade einen gesehen. Dann komm. Ich bin gerade unterwegs. Ich bin gerade unterwegs. Man kann keine Alters aus den Kisten nehmen oder so. Okay. Wer hätte letztens überlegt? Ich glaube, wir hätten uns noch einen Pfeil im Bogen geben sollen. Ah! Was machst du? Was willst du von mir? Hallo. Was tut das? Kein Bock. Creeper. Creeper. Fähig dir. Hallo, mach dir nicht. Du bist. Hä, wo ist der Kripper im? Du bist. Doppisch! Ja, ne halbe Herzen, halbe Herzen, halbe Herzen. Halbe Herzen. Halbe Herzen. Schaust dir. Scheiße. Hast du dich selbst getötet? Komm her, aber deine Eide sieht dir auf. Warte mal. Oh ja, ich sammle sie mal schnell auf und kipp sie dann wieder. Und hör auf mich zu killen. Ach ne, das war ja ich, Entschuldigung. Mach mal Toggle Downfall. Hä, es regnet? Ja? Ja! Toggle Downfall. Okay. Okay. Ruhe. Keep inventory off. So. Wo bist du? Jetzt hab ich... Ähm, ich bin hier am, wo ich gespawnt bin. Ah, da, ich geb's dir gleich. Das, ja, Items. Ich muss nochmal kurz nochmal ein Game und Game. Oh, zwei FPS. Ähm, bin gut auf K. Ja. Jep. Mitten der Folge auf K.G.N. Klappt natürlich mal wieder nicht, ja. Dabei ist ja auch noch aufgefallen halt. Zuh, wir gehen mir jetzt deine Sachen schon mal. eine schnelle runde eben ja ja auslaufzeit gibt es eine bestimmte zeit hier langsam bis 10 runter also von 10 runter langsam von 10 runter ab jetzt 10 und bist du ich bin hier siehst du mich ja ich sehe dich aber ich kann dich nicht schlagen er ist jetzt richtig gerade auch game mode so jetzt ich mir egal ich will es aber nicht mehr mit dem die baby-zombie hinter dir hinter dir an der tür ist ein baby-zombie das sind doch einfach da nicht gehen jetzt auch hast du Bogen gib mir mal einen Bogen nein habe ich nicht das nächste Runde gibt einen Bogen dazu bis in game mode nein bin ich gar nicht warte mal kurz auf zu killen hör mal kurz auf bitte ich versuche mal mich da rein zu schießen mach mal viel zu weit ich bin hier rüber okay hör mal auf uns zu betteln warte ich gebe dir jetzt noch zwei was anderes ey man das war unfair der ist gerade explodiert wo du dich ein creative-word gesetzt hast warte mal ich kill den baby-zombie alter was der fuck warum rennt er nur auf die tür zu wegen der denkt er bei villager nein jetzt greift er mich an au 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 da renn rein du missgeburt aus auch jungen hält wieso rekt der nicht alter der macht ein halbes herzschaden und ich mit dem stock auch nichts ja ich hätte den ich schlagen dürfen so jetzt ist es auch dauernd ja jetzt habe ich ein level unterhaltung was gemacht egal hallo er soll verzaubern ich hasse es an will n wie viele abonnenten hast du äh ich glaube 23 sind zwölf ich habe sieben und habe kein video auf meinem kanal auf meinem darkmaid weil hier ist eine eierform mit einem huhn hallo wieso schwimmt hier ein huhn in dem verkackten wasser so ich hab für dich bogen und feier wo bist du mit verzaubert welche verzauberung hat er welche verzauberung hat er unendlichkeit nur das ja reicht doch alles wo bist du ich gebe wenn ich das jetzt will einfach slash also ds ds oder aber auch nicht ich gebe auch hier oben wir machen aber nur bogen okay aber nicht war da auch nicht genau was denn auch bis zu kräftig nur draus ich hab ja bis zum voll ich kann aber kein Schaden, ah jetzt geht doch ein Ei Jo, warum so viele Eier? naaa, ich krieg kein Schaden ich krieg kein Schaden ich krieg kein Schaden ich krieg nicht Schaden ich krieg keinen Schaden, du? ich auch nicht so, ich hab... Alter, wie viele Hühner hier rumrennen stopp, du scheiß Hohen ich find's nur Paul, aber okay ich geh auf Hühnerjagd Hühnerjagd hinter dir Achtung quick go Hühner, das Hohen, das Hohen, das Hohen mit Riesenschädel ich krieg ein Spiel, wo man Punkte kriegt der Fall nicht mehr runter, aber man krieg mal Punkte ich hab jetzt Schnee wow, für Schneebälle ja, klappt das nicht kann man nicht trocken also nicht den Inventar ploppen lassen lass mal die Arena gehen wo ist das? ich warte auf TP dich gleich okay ah, ich seh dich, ich seh dich oh Gott ok ok, ich folge dir Schönen Thron, wo bist du hin? oh, das hängt schon wieder alles aufpassen kürbiskuchen wo du dich teleportiert hast. Ah! Fisch! Auch! Alter, hast du mich gerade gezogen. Hä? Du hast einen Botan. Was? Du hast einen Botan. Nein, ich spann die gar nicht richtig. Nein, ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz. Nein! Die war mal ich schneller. TP, bitte. Kannst ausländisch TP in Let's Play einfach eingeben. Ja, toll, ähm, T, slash, T, slash, TP, TP, Let's Play einfach mal. Warte. Warte, aber bevor du weitermachst, bitte kurz warten. Seht ihr ja, was ich gerade mache. Gut. TP, Let's Play, okay. Komm, schlecht. Kann ich Ihnen wieder, kann ich mir wieder, kann ich mir wieder, kann ich habe eine Fakke von hier geklautzt. Können wir weiterspielen? Was, bitte? Ja, ja. Oh, du schießt dein Scheiß ernst. Jetzt komm. Hilfst du nicht. Jetzt machst du mir, Junge, du machst mir eineinhalb Herzenschart. Ja. Wie viel Herz mache ich dir? Kein einziges. Was? Junge, das gibt's nicht. Ey, Junge, mach deine Scheiß Tränke weg. Trink, trink, trink eine verkackte Milch. Trink eine verkackte Milch. Warte mal, bleib mal hinter der Lava stehen, ich will gucken, ob der Pfeil dich trifft. Meiner auch. Ah, das brenn ich. Junge. Du snickst. Ja, warum? Du mieses Stück. Au. Du hast mein Leben. Junge, mach dein... Mach dein... Was? Geröstet. Ich wurde geröstet. Junge, hör mal auf mit deinem Scheiß Tränken da jetzt. Junge, gib mir auch wenn schon. Gib mir auch wenn schon. Du merkst es gar nicht. Ey, wenn schon, denn schon. Ey, das ist sonst unfair. Ich mach dir keinen Herzensschaden. Ja, wie wahrscheinlich kriegst du denn? Ich krieg auch keinen Schaden, ja, das ist ja langweilig. Warte mal. Hi. Warte mal, ich will vor dir knien. Du hast eine Nerville gespawnt. Ich will vor dir die knien. Ach stimmt, du spawnt kann ja durch Nerville... Ja, hör mal auf jetzt auf zu killen, bitte. Ich bin weggekillt da. Junge, das Vieh soll verrecken jetzt. Ich hab's gekillt. Nein, nicht, nicht, nicht. Ich will mich vor dir verbeugen. Au. Ich hab dir nichts getrauern. Äh. What the fuck? Was ist da denn los gewesen? Wie viel Stärke hast du dir gegeben? Hallo? Wie viel Stärke... Das ist eigentlich wichtig, wie ich dir gegeben hab. Ne, ich meinte auf deinem Stock da. Gar nicht. Junge, das ist ja mies von dir. Rückstoß 2. Ey, okay, schmeiß mal deinen Stock zu mir. Du hab ich ja gar keinen mehr. Okay, ich mach... Du hast genau den gleichen Stock. Du hast genau den gleichen. Okay, wo bist du? Hier hinter dir. Dann gib mal deinen Stock her. Gib du mal... Mir deinen. Okay. Stock. Zurückstoß 2. Wo ist ja? Ah, okay, passt. Gib 4. Los. Was? Jetzt hab ich deinen Stock irgendwo noch. Junge, das zählt nicht. Jetzt bin ich beleidigt. Komm wieder rauf. Ich kliereffekte. Junge, hör auf damit. Oh, shit, egal. Hätten schwimmt ein Hühnchen. Stopp. Fuck, jetzt hast du mich geklärt. Jetzt hast du meine ganze Sachen weggekliert. Ich geh mal wieder auf Skyblock. Können wir gleich. Und damit beende ich auch die Folge. Schau und bis zum nächsten Mal. Ciao.